Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen haben wir überraschend gewonnen, nachdem es im Qualifying überhaupt nicht gut lief. Wir waren mit Norbeck zu spät über der Linie und er musste sich ordentlich nach vorne kämpfen, was er Gott sei Dank geschafft hatte durch die gute Strategie, die wir am Ende rausgeholt haben. Und auch Vargas haben im Rennen eigentlich, fand ich persönlich, sehr gut. Wäre natürlich gut gewesen, wenn er noch Floridi geschlagen hätte. Eine Runde mehr und hätte es auch sehr wahrscheinlich geschafft. Aber 14 Punkte ist nicht so schlecht. Da konnten wir uns die zweite Position etwas festigen. Wir haben jetzt 16 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und 21 Punkte Rückstand auf Platz 1. Also der Titel ist sogar noch machbar. Dafür müssen wir aber auch viel Glück haben, was vielleicht jetzt in Vancouver durch das Regenrennen passieren könnte. Oh Gott, die sind erschöpft. Aber okay, ich sehe schon, da sind viele Leute wieder ausgeruht. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Ja, dann setzen die genau dahin, wo man sie jetzt momentan nicht mehr braucht. Also wir brauchen einen Reifenwechsler. Wir brauchen noch einen anderen Reifenwechsler. Tanken. Tanken ist eigentlich extrem wichtig. So. Was war's schon? Supi. Äh, ich wollte sagen, haben wir noch einen Heber? Ne. Oh Gott, die haben 60 Prozent. Also, wir haben noch einige Rennen vor uns. Das wird ziemlich schwierig, das Ganze da. Aber da, wir schauen mal. Ja, ist okay, aber dadurch, dass es Mitarbeiterzentrum noch ein bisschen was braucht, ähm, bringt das ja nichts, weil dann bleiben die momentan auch im gleichen Stand stehen. Okay, Interview. Norberg behauptet, äh, er soll dem unterhalten. Ist klar, wir halten den Motor einigermaßen zurück, ne, für nächste Saison, aber, das müssen wir auch machen. Na, tanken, ne, bin ich mal gespannt. Fährt Radbrennen. Ist aber schön. Also ich enthalte mich, was das Tanken angeht. Ist klar, es könnte interessant sein. Aber wir schauen mal. Vielleicht bin ich auch dafür. Also, mit 89, also man müsste nur noch einmal tanken oder gegebenenfalls sogar gar nicht. Oh. Im Gegensatz zu einer Mannschaft ohne Nachthagen, kostet dies 20.000 pro Rennen. Ich bin dagegen. Momentan haben wir einen Stopp. Zwei Stopp. Kommt drauf an, wie wir, wie wir es managen, dann können wir auch manchmal auch nur einmal tanken. Da müssten, könnten wir, bräuchten wir gar nicht zu tanken. Könnten eigentlich direkt so durchfahren, müssten nur Reifen wechseln. Deswegen bin ich trotzdem eigentlich dagegen. Gibt mal zwei Stimmen. Probier's mal. Und es ist dagegen. Selbst der Dings ist dagegen, ey. Das ist extrem. Hättet ihr nicht erwartet. Welche Regeln haben wir für nächste Saison überhaupt? Es kommt nur die 6 Mann Box. So, Leistung wird hier ausgebaut. Nach 8 Tage nach dem Rennen, dann haben wir das Getriebe und den Motor fertig für nächste Saison. Und dann geht's hier an ordentlich andere Sachen noch. Hoffentlich schaffen das überhaupt noch bis zum Ende der Saison. Spoilers fertig. Ich glaube, das bauen wir jetzt momentan wirklich nichts mehr, weil wir das zeitlich auch gar nicht mehr schaffen bis dahin. Okay, zwei Millionen. Das war ein gutes Angebot. Der Spoiler. Momentan haben wir halt nur diese Spoiler. Gott. Also Leistungsschub gibt's dann Spoiler definitiv. Also dann bleibt der für nächste Saison legal. Ja, das gibt wirklich extrem hohe, gute Schübe. Die ist da vorne. Geht aber, ich möchte halt, wenn's geht, auch die Leistung, die wir dann bekommen können, auch wirklich nutzen können. So, Vancouver. Ich hoffe, dass das Training und das Qualifying ist ja noch okay. Model-Job angewunden. Okay. Angehendes Model. Der hat doch schon 100%. Hat er noch mehr Prozente. Unser Wagen ist immer noch auf Platz 8. Ist ja der Wahnsinn. Und trotzdem kämpfen wir um Platz 2. In der Meisterschaft. Das ist echt unglaublich. So, 1,6 von haben wir jetzt Minus. Also bisschen mehr Minus als sonst. Keine Ahnung. Nur im Rennen soll's regnen. Genau, im Regen soll's rennen. Genau. Da bin ich schon mal gespannt. Die Strecke ist so eine Gasbremse-Gasstrecke. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man eigentlich eher, ähm, ich darf mal auf Beschleunigung achten. Aber gleich auch auf die Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen schwierig, das Setup hier zu finden. Aber werden wir sehen, wie wir das Ganze hier managen. bisschen trocken. Okay. Norberg und Fahrer, wie immer, die fahren das übliche Ding. Das bedeutet auch auf dem Stock bleiben. Das Wetterzentrum müssen wir auch unbedingt bauen. So, natürlich niedrige Geschwindigkeit. Der Wagen und den machen wir mal härter. So, wir probieren das Setup mal mit den Softreifen. Hoffen wir, dass wir die Softreifen, ja, die Supersoften, sei diesmal hier, ein bisschen besser gebrauchen können. Ähm, das ist halt so gesehen vielleicht bis zum Regenreit. Das wäre gar nicht so übel. So, sechs Runden. Die Strecke ist jetzt nicht die längste, aber auch nicht die kürzeste. Die kürzeste, keine Ahnung, welche die kürzeste ist, äh, da gibt es so einige Strecken, die ein bisschen kürzer sind und gibt auch viele Strecken, die halt etwas länger sind. Ich hoffe, dass das Setup halt einigermaßen passt jetzt. Zwar wird es dann wie so eine leichte Änderung geben, aber das Top-Setup finden wir meistens, wieso erst ein Qualifern? Das ist immer der Hammer. Das ist egal, was sie immer sagen, ne? Boah, das Setup ist gut, das Setup ist gut, kommen sie rein. Überall okay, okay, okay. Federung etwas, ja. Das ist immer gut, weil dann ist die eigentlich schlechter als okay, wenn die sagen, ich brauche jetzt die Betriebe. Okay, wir können es auf jeden Fall mit den Betriebe versuchen. Aber wir holen uns hier 15% Reifen und rennen drin. Sollte jetzt diese Runde funktionieren, deswegen holen wir euch diese Runde rein. Vielleicht spielen wir 10% noch auf den Ultras und auf den Qualifern, das wäre sehr gut. Und 15. und 12. ist eigentlich nicht unbedingt das, wo wir landen wollen. Aber eigentlich so gesehen theoretisch richtig von der Leistungsstärke, die wir haben. Oh Gott, nur noch nicht mal ein 70er Setup. Ich packe mal mehr drauf, mache den Wagen etwas weicher und dann mehr Beschleunigung. Probieren wir das Setup und wie gesagt, ich kriege das meistens erst zum Qualifying hin. Dann ist aber auch so ein Glücksgriff, um ehrlich zu sein. So, probieren wir das Setup bei ihm aus. Die wollen ja mehr Beschleunigung haben. Kriegen sie. Da habe ich nichts gegen. Hier dürfte ihr auch ein bisschen mehr Gas geben. Gucken, wo wir dann landen können. Auf Platz 3 und Platz 9. Lenkung fühlt sich schlecht an. Okay, wir haben die 10%, das ist schon mal sehr gut. Jetzt können die beiden reinkommen, das schaffen sie auch. Das ist sehr gut. Setup ist schlechter geworden. Das ist natürlich jetzt ganz übergelaufen. Aber naja, da kann man nichts machen. Ich wiederhole mich. Das ist wirklich klar. Wir sehen uns das. Wenn ich dich in der Handbuchstille, dann Cocke und ich bin lange. Ich bin備 abrasiv. Die Decke, das war übrigens so. Ich bin lange. 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 so dass wir irgendwie versuchen das setup hinzukriegen erstmal leistungssteigerung das ist definitiv logisch so mehr geht leider nicht dann ultra weiße reifen weil ich versuche mich diesmal mit ultra zu qualifizieren das hätte aber sogar schlechter geworden als vorher das heißt du kriegst mehr endgeschwindigkeit jetzt beschleunigung muss extrem weiter nach vorne und das wort auch schlechter was erwarten muss deutlich härter sein er will zweiter haben ist aber das ist okay und da alles klar immer hier in die mitte ja in der mitte von den beiden dingern das andere ist auch eigentlich finde ich so okay wir testen es mal müssten sei jetzt besser geworden waren wieder etwas härter machen erst motzen sie dass der wagen jetzt zu hart ist jetzt dazu weich keine ahnung was sie genau wollen von mir aber na gut so und die geschwindigkeit ist von schlecht sehr schlecht auch okay gewechselt das heißt die machen noch mehr beschleunigt probieren wir im moment wir müssen noch das kommt halten etwas anfassen jetzt und auf ins qualifizieren kein regen das heißt wir fahren heraus auf den ultra nicht lange fackeln direkt gas geben bei der ersten versuch sollte die eigentlich theoretisch dann schon reichen ausser man heißt norberg und verliert vor das probleme wenn wir jetzt schon mit ultras dann nicht schaffen dann können wir es halt sowieso schon vergessen aber erstmal schauen wie es dann weiter läuft ein bisschen selber schuld und greifen besser aufwärmung also bagas ist unser quali spezialist er sollte schneller sein als norweg ein ganz gutes stückchen im ersten sektor und zieht das ein cool team kollegen ab nicht dass norweg echt nachlegen muss der ist extrem weit weg doch nicht geht ja noch also wager soll es auf jeden fall gepackt der sollte durch sein bei norweg wird es eng also muss definitiv die q2 wenn er es schafft ich hoffe es mal sollten guter satz der nach vorne geht müsste halt jetzt auswandern zu dem zeitpunkt hier es ist eng platz 14 es ist extrem eng die fahren alle raus und ist mir klar gut ist dass sie halt relativ früh draußen sind das heißt die fahren ihre zeit so gesehen jetzt ende schaffen es nicht die haben noch outlet wie weit kommst du nach vorne okay die können das sowieso vergessen weil die form ist ja noch schlechter als gerade eben noch mal dass er es nicht packt hier der sektor erste sektor schon mal sehr gut und schlecht der zweite sektor hat ordentlich rückstand erst raus norweg wieder weit hinten im feld das wird wieder ein sehr interessantes rennen wir hatten 1,7er form das bringt nichts in dem moment anzugreifen und was machst du hier der forschung auf wagers zeit die strecke noch mal so viel besser geworden wahnsinn norweg auf 17 da wird noch einer weil er will auch hier kommt ihr bitte über die ziellinie noch und er ist ja wahrscheinlich 18 also wieder verdrehte welt bei uns hätte eine form nicht anders gut verlieren können erst man naja muss nur ob er wieder eine aufholjagd hatten noch nicht mal wieder das ist etwas später anfängt zu regnen damit wir da bessere chancen haben so es ist wieder immerhin sonnig das setup ok hier haben wir schlecht am schlecht am ok das heißt der wagen muss härter der wagen muss härter und die geschwindigkeit war ok noch ein bisschen mehr auf beschleunigung und hier müssen auch noch was dran ändern naja einmal zurück ja sollte jetzt passen hoffentlich mal wir schauen mal wir haben jetzt ich versuche bei ihm auf supers nicht auf ultra als wäre super wenn er es damit schaffen würde man hat gesehen wie stark die strecke schneller geworden ist am ende das war ja man einfach mal fahrer von die normalerweise jetzt nicht unbedingt so weit vorne sind morris auch auf supers ok dass die das machen das interesse ist ein bisschen merkwürdig aber und man kann natürlich dadurch jetzt ein mega vorteil haben wenn man vielleicht zwei runden länger fahren kann und dadurch stand schon auf besseren streckenverhältnissen ist und er fährt schneller als floridi im ersten sektor jetzt ist er der power sektor geht also ich finde den rückstand gar nicht mal so verkehrt also sollte eigentlich reichen weil ich jetzt mal schon dass die meisten jetzt langsamen greifprobleme bekommt vor allem zumal partaren wenn der partaren sich nicht verbessert dann startet er mit reifen die nach drei vier und kaputt sind und das ist sehr gut für uns persönlich ich warte der box norris und noches und können glück haben wenn er noch ein ultrasoft 3 hat dann hat er kann er sich da rein holen aber ansonsten der andere wird auch einer der mit diesen reifen starten müsste genau wie das mehrere die mit angefahren reifen ist natürlich in norweg natürlich alles immer deutlich besser wenn die damit abgefahren reifen reinfahren in beim start war floridi auch angefahren reifen als floridi hat jetzt sein die strategie von sich komplett kaputt gemacht mit floridi muss sehr früh in die box juliani jau hat an und krank oder wie man dennoch immer ausspricht und severia und also ist ja von dass drei leute die normale reifen haben der rest ist alles schon abgefahren reifen die müssen extrem früh in die box wenn es natürlich regnet am anfang das kann man nicht wissen und ich hoffe mal dass es nicht regnet am anfang des renns